und noch ein bisschen die open world unsicher machen ich glaube ich werde ein paar von diesen neu aufgeploppten symbol abarbeiten folge story machen wir jetzt 15 minuten aufnahmezeit und da jetzt noch story segmente anfangen glaube ich lohnt sich nicht und jetzt können wir noch mal 15 minuten den quasi patch auf herz und nieren testen würde ich sagen ja und aktuell geht es auch noch ganz gut weil noch das nächste spiel nicht draußen ist was ich spielen will auf dem kanal wobei wenn diese folge rauskommt weil ja bis zwei tage rauskommt mit wochen sogar noch weniger wird wahrscheinlich schon draußen sein aber mal schauen mal schauen übrigens habe ich stand dieser jetzigen aufnahme das remake zu final fantasy bin auch durchgespielt und muss da jetzt im prinzip auch mit internet anfangen also habe ich jetzt auch soweit soweit also gesagt ja wusste denn das will ich auch gar nicht haben so quatsch wollte die aufräumen die sachen hier machen ich habe damit an ich werde mehr oder weniger zu fuß hinlaufen um dinge zu testen und zu fuß heißt ich fliege eine runde hätte ich ganz so schnell wie das motorrad aber gerade das ist das gut denn so muss der street wahrscheinlich nicht nachladen gerade ein bisschen gesehen doch nachgeladen trotzdem schneller als zu fuß jetzt wo ich weiß wie es geht es ist schon schön das zu machen ihre umgebung wird strengstens bewacht wenn sie jemand sieht können sie keine daten hochladen natürlich natürlich leise mag ich es am liebsten druckplatten sind doof die mag ich nicht kann ich wegen kamera die muss erst mal deactiviert werden oder annehmen muss sie nicht die schwenkt auch bloß wieder oder aber ich kann sie doch die aktivieren ja ich kann ihn aber nicht kaputt machen wissen wir ja ich glaube lautlos ausschalten ging da nicht oder doch doch geht trotz helm wobei also kein atemgerät oder so oder ihr was kann wie eine frau gerade wird schon hinkommen dass es so geht ich hätte ganz genau ein bisschen mehr ruhe hier du da ja gut den hals abdrücken geht auch mit macht letztendlich wenn die atemwege zu sind kann man auch keine luft aber durch masken die auf sind oder sowas ist klar nur dass die nase zurück muss drücken ist halt schwierig mit der maske das da die macht er eben gerade aber wird schon alles seine richtigkeit haben war das weiß kamera gewesen die zwei druckplatte das heißt ich komme da jetzt hin ohne gefahr die kamera ist noch da jetzt nicht mehr hat sich hier aktiviert habe doch nicht gehört da das geräusch ok schnell wie sie sehen die dateien verstanden scheint aber tatsächlich doch insgesamt ein bisschen flüssiger zu sein jetzt keine probleme gehabt irgendwie was auch immer also ist die kassette ja ok das da muss ich noch machen aber da schnell reise ich hin mit einer unglaublich hallo was so ich hänge in der luft doof gelaufen sagt sagt jetzt fliegen wir durch die luft juhu also ja gott vom unsicher machen auf herz und nieren prüfen vielleicht nicht ganz wenn ich jetzt durch schnell reise überall durchfliege aber schnell reise triggert gegebenenfalls ein absturz und wenn keine abschütte kommen ist ja auch eine art auf herz und nieren prüfen also das passt schon damit für die fliegen dauerhaft da ist er noch ein stück geiler als der gleiter weil es hat mehr weiter ist das top alles was der green goblin oder der hopgoblin bei spider-man haben das ding ist mega hier muss ich auch eigentlich obendrauf setzen aber das entsprechend wäre dann wäre der goblin gobble 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 das ganz hoch hinauf das geht auch wirklich ja so macht das reisen doch wieder spaß hier und es ist ja auch ein gleiter training ist aussieht das war es so wo doch jetzt weiß ich es wieder jetzt weiß ich wie es geht wenn ich performance mit macht schaffen wir das auch ja so nicht so nicht hatte gerade nichts zu der performance zu tun sondern mit mir so zwischendurch ach ja nie scheiße was zwei ja gar nichts gerade es hat trotzdem nicht leicht nein es ist trotzdem nicht leicht das zu machen dann springt noch mal und spielt ja nicht es ist echt herausforderung damit zu steuern auch wenn die performance gerade nicht das problem war gebe ich ehrlich zu daran lag es nicht es ist relativ schwierig einfach zu steuern das ganze immer noch ungewohnt nicht nach vorne drücken zu dürfen dabei aber nichtsdestotrotz was muttert muttert da wacht gerade aus sich lenken aber nur gerade aus läuft weiter weiter hoch und macht irgendwas in der ratierbus rum ohne was tun zu wollen drauf und jetzt hat es doch wieder ach scheiße springt geschafft aber das wird nicht reichen nicht so scheiße es ist echt nicht leichter zu steuern es ist echt nicht leicht wie gesagt performance war gerade okay auch wenn es ein paar einbrüche gab aber das war gerade nicht das problem jetzt hat sie blöd das war nicht das problem wie bei der vorherigen grünen da wo ich echt mit der kamera zu tun hat das gemacht hat sich deswegen extrem durcheinander kam das hier war nur gerade weil es schwierig zu steuern ist oder weil ich das als schwierige empfinde ja ich bin mal so fährend ich sag das mal so die beschreibung aus dem profi ich gehöre nicht dazu wobei ich da performance auch trotzdem eine rolle spielt besser performance performance letztendlich von dem was man selbst abliefert das versteht sich auch von selbst die steuerung ist echt so spring mal nein jetzt habe ich das zoller gedrückt gehabt um da reinzukommen das war das ende das problem ist jetzt extrem schwer vorher zu sehen wie stark aber nach unten drücken und mich nach unten bringt wie stark eben nicht ich muss weiter trainieren ich hatte gerade ganz kurz gedrückt und irgendwie so runter statt du ein bisschen ich wollte das richtige maß zu finden finde ich katastrophal schwierig also ohne jetzt wieder da schlechtes gameplay zu unterstellen aber wie gesagt ich habe ich an mir an der stelle das problem ist ja auch die kamera ein stück mit steuert nein da lang rechts ich drücke nach rechts es passiert nichts er macht gar nichts ich drücke nach rechts das problem ist dass die kamera auch mit steuert einfach mann nein nein wenn ich das gezielt dann wenn ich ein fadenkreuz hätte und ich diese fixpunkte könnte ich viel besser ziehen ich will durch diesen kreis nicht durchziehen und dann weitermachen kann ich aber so nicht das problem ist auch die kamerasteuerung weil ich glaube ich bewirke mehr mit der kamera mit der richtung als mit der richtungstaste aber das darauf klar zu kommen fällt mir unglaublich schwer wenn es absolut ich weiß gar nicht mehr ich glaube es war so gerade da ich gerade drückt wie blöd auf d und es ist nichts passiert nach rechts war es wohl echt so was nämlich auch bewusst gar nicht war andererseits andererseits jetzt kann der was der kamera gar nichts daneben harte kurve zu hatte kurve es wurde nichts aufkauf ja runter rauf ja doch ist doch gut schaffen wir nicht es sei denn nicht schaffen dass da war nein ah ich nicht fast gehabt das geht besser alter ist das schwierig ey vor allem geht es so lang auch noch der ganze Mist ein Versuch noch dann gebe ich glaube ich auch heute das muss ich nicht unbedingt haben also mit einem Versuch war natürlich einer der halbwegs gut funktioniert hallo war nix zum greifen hier es ist ach ich wollte da oben rauf nicht die beste Steuerung für dieses leider ding ist es ist aber auch so liegt natürlich auch teilweise am Skill das will ich gar nicht sagen ne aber ich bin aus absoluter Meinung dass die Steuerung per se nicht wirklich gut ist sie ist okay aber hat so ihre Macken doch da bin ich absolut bei dieser Aussage das nehme ich aber naja bei einer guten performance vom spiel geht es halt irgendwie und ja ich meine es soll ja auch herausfordernd sein es ist ja eine herausforderung so gesehen ist es auch in dem Sinne legitim wenn es nicht sofort geschafft wird und es ist nicht so frustig am letzten mal als ich gespielt habe hauptsächlich aber ich weiß wie die Steuerung jetzt tatsächlich funktioniert dass man gelückteilt muss und so weiter sofort aber echt in die Ecke ach ne ein Absturz ein Absturz es gibt sie doch noch mitten in der Übung und der Prüfung supergut ok neun Szenier hat nichts gebracht neuer Spielstand hat auch nichts gebracht da wirklich der Patch hat nichts gebracht es bringt einfach generell nichts und ich kann auch noch so oft mir einbilden die Performance wäre besser geworden und ich glaube immer noch das ist sie tatsächlich ein bisschen aber die Crashes sind immer noch da nach 58 Minuten Spielzeit kam der erste Crash heute und jetzt mache ich das Spiel an um noch weitere 5-6 Minuten zu spielen ist auch sinnfrei vor allem weil das Startbildschirm hat so lange gedauert bis ich glaube ich erst da bin oh aber wie gesagt das war meine letzte Gleiterprüfung für heute eine weitere fange ich jetzt nicht an das wäre Quatsch jetzt sei ich gerade genau da dann mache ich es nochmal aber wenn ich jetzt da auftauchen sollte ja ansonsten gehe ich zum nächsten und mache das dann noch und dann ist es glaube ich heute fertig also egal was ich mache egal welche Schritte ich unternehme es bewirkt nichts für eine bessere Performance des Spiels ich weiß nicht was hier das Problem ist das heißt aber auch ich werde den Patch nicht verlinken in meiner Beschreibung weil offenbar bringt er ja doch nichts zumindest bei mir nicht also wenn es bei mir nichts bringt sehe ich auch nicht ein dass ich den verlinken sollte denn scheinbar war es das einfach nicht ja es ist nicht zu glauben es ist nicht zu glauben oh schon wieder ab wohl was nein oh entweder ist mein Spielstand jetzt komplett korrumpiert und er stürzt immer ab beim Laden denn ich habe gerade nur geladen oder es war einfach nur gerade super Pech und er musste weil er mein letzter Aufnahme Session nicht abgestürzt ist diesen Absturz wieder nachholen damit ich wieder auf meinen einen Absturz pro Spielstunde komme denn das wäre jetzt wieder perfekt im Rahmen dann ey halt das nicht aus das habe ich ja noch nie gehabt das ist das schlimmste Crash den ich jemals hatte weil da einfach beim Laden passiert ist jetzt wird es echt spannend da fällt mir ein ich habe noch eine letzte Sache die ich machen kann bevor ich jetzt hier ins ich weiß noch nicht wo es genau war bei Social nehme ich jetzt hier auf ah ich bin schon auf Privat toll dass er von öffentlich auf Privat wechselt soll auch was bringen bin ich aber offenbar immer schon gewesen also das offenbar auch nicht die Lösung ich drehe einfach nur durch mit dem Spiel also ja ich werde es aktuell mit Freuden pausieren wenn das andere Spiel rauskommt demnächst ich glaube im Februar war es ja auch schon was ich dann let's playen möchte ich werde davon jetzt definitiv pausieren wahrscheinlich ist das hier sogar schon die letzte Folge gesehen werdet davon bevor die neue Sache kommt ich bin drin ok ich glaube nicht aber ich komme ein Versuch noch ich glaube nicht dass das jetzt noch in der Aufnahme mit sich trägt zeitlich gesehen bis das nächste Spiel rauskommt so oh man ey ich bin sehr enttäuscht muss ich sagen ich habe gehofft das bringt mehr der Patch oder bringt überhaupt irgendwas und gefühlt war es halt wie aber nichts naja geht so ganz leichte tipps aber bloß gleich nach rechts ja immerhin bin ich gerade ganz gut dabei aber es ändert sich gleich wie es aussieht nachladen schön runter oh nein das kann doch nicht euer oh man ich war gerade so gut ich war gerade so gut dabei das Spiel ständig es kann doch wohl nicht euer so ist da fehlen mir die Worte für schwarzer Bildschirm liebe Leute ein Crashfest ich weiß nicht ob es an einer speziellen Mission gerade liegt vielleicht aber ich war gerade gut dabei ich hätte es nicht schaffen können und dann schmied das Spiel ab ich bitte euch da geht jeder Spielplatz einfach flöten wenn er schon nicht vorher wegen der G zur Steuerung angegriffen und angeknackst ist was da schon war aber gerade habe ich einen guten Lauf gehabt und da passiert sowas ich starte jetzt nicht nochmal das Spiel im dürbsten Fall habe ich jetzt ein paar Minuten weniger als 15 für die Folge ist mir egal ja ähm das war die vielleicht vorerst letzte Folge zu Gotham Nights liebe Leute wenn nicht dann sehen wir uns halt wieder in ein zwei Tagen wenn doch dann beim anderen Let's Play erstmal danke fürs Zusehen und fürs Aushalten meiner Anfälle wegen den DAX die ich nicht austra und bis zum nächsten Mal ciao